Moin Leute, wir machen jetzt ein besser Video mit Luca und dabei essen wir, wenn wir gleich zur Podcast-Aufnahme fahren. Denn, was nehmen wir auf? Podcast. Ja, ist dick und doof, Leute. Kommt vorbei. Ist das eine Wurst? Eine Karotte. Seid ihr bereit? Also, das sind Schätzfragen. Ihr müsst dann immer auf drei sagen, was ihr schätzt. Wie viele Rosenarten gibt es auf der Welt? Rosen? Rosenarten. Wie viele Rosenarten? Rosenarten. Also so Levi's, blau. Junge. So Jeans. Blumen, Rosen. Okay, also auch so Chino und so? Ja. Eins, zwei, drei. 400. Achso, jetzt geht es schon los. Ich sage 600. 30.000. Oh, was? Der Punkt geht ans Handy. Lass mich hin. Ey, Luca, aber jetzt auch. Okay. Okay. Wie viel Prozent der Unfälle in Schweden werden durch Elche verursacht? Auf einmal. Eins, zwei, drei. Sechst. Sechst. Wie viel Prozent? Sechst. Sechst. Und du? Was? 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 Es ist raus. Nenn wie dir das an der Stirn. Mal auf 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 der Stirn. Boah. Ey, was ist das für ein Duppens Video? Ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Nur deine Scheißkarotte, Alter. Ja, wieso ist die? Ja, da ist doch schade dran und alles. Ja. Weißt du, was ich gedacht habe, dass du deine Zunge verschluckt hast? Nee, nee. Dass ich jetzt deine Zunge raus von Mund zu Mund behaken habe. Nee. Nicht richtig gemacht. Jetzt wieder voll für TikTok-Front wahrscheinlich. Also. Auf jeden Fall. Du hast 60 Prozent gesagt, ne? Ja. Ja, dann musst du nochmal neu sagen. Das andere ist auch immer näher dran. Es sind 20 Prozent. Achso, 60 Prozent ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber überlegt mal ein, ey. Ich schäuze keine Kampagne ohne, was? 60 Prozent mehr als jeder zweite Unfall. Als wenn da nur Elke rumlaufen. Okay. Wie viele Champagnerflaschen trinken Franzosen insgesamt jährlich? Ungefähr natürlich, ne? Also einer oder alle insgesamt? Alle, alle. Wie viele Franzosen? Okay. Eins, zwei, drei. 14.000. Nee. Drei Millionen. Digga, okay, dann überlege ich auch nochmal. Drei Millionen eins. Es sind, okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Drei Millionen eins. 185 Millionen. Also habe ich schon wieder gewonnen. Ich schwöre, ich bin so schlau, ne? Jungs, es hat nichts mit schlau zu tun, wenn sie sagt, drei, zwei, eins. Ich sage direkt und du so, ähm, ja, dann würde ich aber das nehmen. Okay, wie viel wog das kleinste Baby bei der Geburt? Also das leichteste. Das leichteste. Okay. Eins, zwei, drei. Zwei Kilo. Ein, 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 tausend, ein tausend Gramm. Okay. 244 Gramm. Krass, ne? Und das Kind hat lieber lebt? Das weiß ich jetzt nicht. 200 Gramm. Okay. What? Wie alt war die... Das ist ein Punkt für mich, ne? Ja. Da haben wir gesagt, alle Punkte mit Menschen bringen fünf Punkte. Ey. Wie alt war die älteste Mutter der Welt bei der Geburt ihres Kindes? Gibt es hier so einen Zyklus? Wie das heißt? Ne, ähm... Ich glaube, 63. Was denn? Bionomisches Alter? Biometrisches... Wie heißt das? Sag jetzt einfach Alter. Biologische Ruhe tickt. Ja, genau. Ich sage 63. Ich sage 62. 70. Alle Punkte, wenn es um Menschen geht, fünf Punkte. Okay, danke. Neumsteine-Menschen haben wir gesagt. Also, mit wie vielen Maß Bier hält ein Mann den Weltrekord im Bierkrüge tragen auf 40 Metern? Das bin ja ich. Deswegen weiß ich es auch. Also, wie viele Maß trägt der, okay? Eins, zwei, drei. Zehn. 29. Ich dachte, ich hätte 30 geschafft. Aber krank, ne? Das ist klar, was du... Auf dem Oktoberfest, wenn die schon zehn Stück tragen, bin ich schon beeindruckt. Ja, das sind ja logischerweise zehn Kilo, ne? Achso. Oder noch mehr. Sind nach diese Gläser? Nach sind ein Etabier. Bruder, weißt du, was ich dachte? Du Fester. Was hast du gesagt? Zehn. Zehn Fester? Wie soll das immer zehn Fester? Weil ich weiß, wie schwer dieses Teils auch ist. Ja, fünf Punkte für mich. Okay. Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Boah, das weiß ich. Eins. Das ist eine Scherzfrage. Nur als Tipp. Eins, zwei, drei. Null. 25. Ist der nicht rund? Ja, aber das ist so leichter drin. Ich glaube, es sind weniger als zwölf oder so, ne? Nein, das sind 98. Ich sag zwölf. 336. Das sind doch diese Mini-Einkerbungen. Wenn er nur zehn Einkerbungen hatte, wäre das Ding ja nicht rund. Das ist einfach so ganz viel. Alle zwei sind mehr dran. Ich dachte, das ist ein runder Ball und dann sind da so ab und zu so ein paar kleine Löcher. Nee, die sind doch überall dran. Krass. Entschuldigung, Tiger-Wurzel. Okay. Wie lange hat ein 60-jähriger Mann im Laufe seines Lebens insgesamt eine Erektion, während er schläft? Die Einheit sind Tage oder Jahre. Was? Also, ein 60-jähriger Mann, wie lange hat der eine Erektion, während er schläft insgesamt in seinem Leben? Schon gerade. Ja. Wie viele? Wie viele Jahre? Eins, zwei. Nee, nee, nee. Der ist 60 Jahre alt. 13, 13. Nein, Spaß. Eins, zwei, ja. Tage oder Jahre? Tage oder Jahre? 25 Jahre. Eins, zwei, drei. Tausend Tage. Was sagst du? 25 Jahre. Das sind fünf Jahre. Das bin ich näher dran. 25 Jahre wäre auch ein bisschen krass. Das ist das Leben einfach. Wie viele Silben pro Sekunde kann der schnellste Rapper der Welt rappen? Eins. Nur mal eine Millisekunde. Wie viele Silben pro Sekunde? Also 15, sorry. Eins. Warum? Stella. Stella? Stella? Sag, wir nehmen noch die Video... Bitte? Wir nehmen noch Video auf. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Sag, du hast gerade fast an der Möhre erstickt. Wir haben keine Zeit, Leute. Bis gleich. Okay. Wer war? Also. Wie viele Silben pro Sekunde kann der schnellste Rapper der Welt rappen? Silben. Anzahl. Eins, zwei, drei. Vier. Zwanzig? Vierzehn. Ich bin eher dran. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viel ist. Das ist schon krank. Was ist da die Kunde, Digga? Das ist ein Salad, Alter. Wie viele Minuten braucht der Mensch, um wach zu werden? Eine Sekunde. Eins, zwei... Digga, du drei Jahre. Eins, zwei, drei. Eine Sekunde. 30 Minuten. Hä, wann brauche ich dann drei Stunden? Warum sagst du denn eine Sekunde dann? Wie viel... Das ist wieder so... Geht? Hör auf, die Karotte zu essen, Digga. Boah, ich kann mal spüren Water, Alter. Was? Brauchst du Wurst? Water. Sie brauchen ein bisschen Water. Spüren Water? Spüren Water. Wahrscheinlich brauche ich eine Wurst. Okay. Bist du bereit für die nächste Frage, Sandy? Wie viel... Komm ins Bild. Wie viel wiegt die Zunge eines Blauwals? Eins, zwei, drei. Warte, warte, warte. Welche Form? Kilogramm, Gramm, Tonnen, Kilo? Musst du ja wissen, wie viel. Ja, warte. Kann so ein Gramm oder Tonne sein, ne? Okay, sag ja. Also das Gewicht. Eins, zwei, drei. 100 Kilo. Was? Ich sag schon 100 Kilo. 3.600 Kilo. Eine Zunge. Bruder, ich bin ja magersüchtig, Alter. Wie viele Variationen von Kaffeegetränken werden in einer Starbucks-Filiale im Durchschnitt bestellt? Also so ist es eine Variation, dass ich sage, ein ganz normaler Kaffee, aber mit Zucker. Ja, theoretisch ja. Also wie viele Abweichungen es gibt anstatt von, ich hätte gerne einen Kaffee, beispielsweise eine Variation ist Kaffee mit Zucker, Kaffee mit Milch, Kaffee mit Hafermilch. Aber, ja. Eins, zwei, drei. 2.300. Was? 3.90. 2.300. 19.000. Ja. Wie oft schauen wir durchschnittlich pro Tag aufs Handy? Eins, zwei. Ja, okay, wer ist jetzt als Durchschnitts gemessen? Ja, Durchschnitt halt. Das sind alle. Achso, ja. Boah, Pip-Papo, acht Stunden. Acht Stunden? Nein, wie oft? Achso. Eins, zwei, drei. 2.000 Mal. Pro Tag? 10.000. 2.000. 88 Mal. Das ist doch so eine Lüge? Echt? Ja, ich gucke bestimmt 1.000 Mal. Aber das muss ich zugeben, das ist Stand 2017. Das ist Stand 19 oder 19. Okay, wie lange halten Ehen im Schnitt? Eins, zwei, drei. 30 Jahre? 15 Jahre. Boah, ich wollte eine Mitte. Nein, ich glaube nicht. Wie viele Sprachen werden auf der Welt gesprochen? Eins, zwei, drei. 560. 110. 6.500. Nein. Doch. Doch. Aber die 40% davon sind so fast ausgestorbene Sprachen. Aber es gibt aktuell eigentlich nur, ah nee, es gibt 100, das frage ich mich halt auch, es gibt 160 Länder oder so auf der Welt. Deutschland, Österreich, Schweiz, sprichst du Deutsch. Ja, aber dann gibt es halt ein Land, da hast du auf jedem Dorf eine andere Sprache. Ja? Ja, du bist keine Schule, oder? Sag, sie kann nicht mal Deutsch, richtig? Ja, sag, sie ist Deutsch, okay. Okay. Sieht mal, wie es klappt hat, schlussendlich. Also wir sind bei fast 12 Minuten, soll ich weitermachen? Ach so, nee. Okay. Ciao. Ciao.